Oh, guck mal, da ist was los. Jungs, was geht? Alles klar bei euch? Was seid ihr denn hier für Bärenbrüder, Alter? Das ist dein richtiger Bärenbruder, Alter. Du bist dein richtiger Bärenmarker, Alter. Entschuldigen Sie, haben Sie da gerade die N-Bombe gedroppt? Wie ekehaften Sie denn? Wer hat sie denn gefickt und nicht bezahlt? Neger. Wer? Ist das die? Ja, du darfst... Aufpassen, hallo! Aufpassen, Leute! Chillt mal, ja? Wie kaputt muss man sein? Jünger, wovohin steh ich? Aber wovor steh ich? Chillt mal! Oh, hier brennts! Hier brennts! Es geht ja nicht, nur das RDM. Du bist so ein Schforst, Dig. Er zieht aber, alles! Er zieht aber, alles! Die Bärenbande! Oh nein, er hat eine Pistole! Ich möchte leben! Das ist ja ich! Ich möchte leben! Wie genau, ne? Amona Sojuk, seine Armee, ne? Oh mein Gott, wieso haben sie das getan? Er hat ihnen doch gar nichts getan! Was, Amona Kojima? Welche Mutter willst du ficken, eh? Das ist schon gut, ich fahr schon! Nimm deinen Kollegen mit! Deine Mutter will ich ficken, du Bastard! Deine Mutter will ich ficken, hier! Deine Mutter will ich ficken! Hier! Eure Mütter will ich ficken! Ach du ficken, Alter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Schadensbegrenzung nur, ne? Ohhhh! Das ist aber traurig! Ja, ich find das auch traurig tatsächlich, wenn man die N-Bombe drückt, ne? Danke, danke schön! Ja, ich wollt gerade in die Suppe kommen, weil die meinen Kollegen VDM haben! Genau, und die N-Bombe drücken, ne? Und ich weiß nicht, ob er hier das... Man wird direkt gebannt! Wegen VDM! Ich wurde wegen VDM gebannt! Hahaha! Alter! Ich wurde wegen VDM gebannt! Hahaha! Ich war mit dir in deinem